und weiter geht es kommt die Mühlen das ist immer noch Orte die Tür zu in die Tür zurückgesetzt Verbindung schlecht da liegt ein Gewehr ich würde vielleicht nehmen nein nein das ist so ein warum hast du jetzt schon wieder und so macht man ja warte mal schrift und okay ich bin runtergefallen was ist denn das Natoi du denkst du mal wieder auf dich ich muss den Körper einnehmen oh hier sind Zombies jetzt geht's ab und und nein meinst du 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 und ich bin jetzt auch ein Level aufgestiegen und nun müssen da hinten auch er wisse zu mir sagen warten aber selber vorpreschen wie so ein Beklopter toll ich krieg's sogar auf die Schnauze was bist du für ein Bruder die Schrift nach vorne die 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 das soll stehen danke mit dem in eine gut und die Bühne und das Nummer spürt es gibt aber das so die Europese wenn es gibt noch besser gewesen also da sind zum Wies das ist er darüber nun ganz gemütlich so kann ich die in der Kuh auch nicht dieser Tod Warte ich kommt zu dir rüber immer muss ich dir helfen wo bei uns beschäftigt da frist der Granate lauf weg mein Bildung aber auch zu hören ich hab gar nichts um sofort sofort da fristen kann und nicht tun was sie stirbt mit keiner der Bekommung die Jungen Heldor Sturzbücher hier stört und so einer hier sei am Fenster gewesen und kommen wir jetzt mal nicht schüttere Weise angehen ich versuche so netz war alles in Ruhrabend und mehr und den was du es hier mit der Explosion Seelenbahn nein ich will nicht konkreten ist werden schief weil ich in dir drin stand vielleicht sollten wir ein bisschen weiter mehr mit Entdeckung arbeiten also nicht ich denke mal nach oben ja ich check oben du checkst unten ich komme neun und hatte vor allem und es ist so gut hatte ich komme sofort ich will aus und und kommen Kommen 9 wo sind der Asiachter hinten Städte voll auf die Schnauze immer noch aus dem die in diesem Mal beschlossen ich sage dass man ein Schilder tun das ist so bekloppt auch und die Mordkunden dann nimmst du nimmst du doch hier ist das Gewehr was mir ist das glaube ich die Sprache und so anstrengend wo kam der her und die Munition wenn er auch wenn ich Leute aber jetzt weiß ich wie ich länger hier so ein Mensch bleiben kann und zwar die Kuhlein dafür muss ich ihn schon mal und heute er hat es nicht und die Aufzeichnung es gibt keine Aufzeichnung wir haben sowie geht es nur hier lang ich bräuchte man Menschen ich platze mich auseinander ein ich meine in einem Haus und man will nicht doch da oben jetzt ist irgendwo mein Weg und das muss man in in dem Haus gelandet nicht sicher ich ja Euro ich habe sie immer gefunden und musste auch kommen ja ich komme sagt mir wie du da auch so ja hier so lang war und durch die Decke springen genau hier die Mutter runter Aura Nein, ich bin nicht gewalttätig Fick dich Da oben sind sie, warte lass mich ganz gekonnt was machen ich bekomme ich bin nicht gewaltt Ok man ich ich glaube der ist tot so leute wir müssen jetzt hier kurz ohne Blatt ist hier oben ist Munition aus dem Leben gesperrt hatte ich mir noch und ich bin gut wo er um und Koma sofort hat sich versucht doch noch um zu kriegen Koma bleibt liegen bewegt sich nicht Halt mir den Rücken frei Mann ich will mal festhalten Grafik 3 ich geh 0 was die Karni besoffen aber auch nicht mehr und gar nicht war vielleicht gestern so da oben ich hoffe der stresst jetzt nicht mehr wie sieht es eigentlich aus wenn ich hier so als Soldat um wenn er sich aus wie so ein richtiger Soldat wir haben ein bisschen sehr viel Leucht ist kein niedergestochen ich brauche aber Gegners Geranimo und um haben sie mit der Serie um die die Tür geht irgendwie nicht ja nun ja jetzt geht sie auf vorhin ging sie nicht auf und die Neimer Popper war jetzt aufnehmen müssen nicht so Leute einmal mal kurz Katia hier in diesem gechillten Fernseher höre ich jetzt mal auf man und wir sehen uns gleich wieder tschüss noch noch auch tschüss doch bis tschüss